Das ist ein richtiges Veränderungsverfahren. Ja, das ist ein tolles Veränderungsverfahren. Oh, jetzt. Ich habe den Fall. Yo, 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 euer Cricky hier. Willkommen zu einem neuen Video. Und heute zeige ich euch mein Klassen-Setup-Video. Schon vorab gesagt ist, dass es sich wahrscheinlich sehr, sehr schnell wieder ändern wird, was ich so benutzen werde. Ich werde dann einfach ein neues Video machen, wenn ich größere Veränderungen vornehme. Aber lasst mal schauen, was ich hier so hab. So, die erste Klasse ist die, also schon mal gesagt, die Ball ist die stärkste AR und die Main-Waffe, die ihr zocken wollt. Zockt nichts anderes als Ball. Das schon mal gesagt. Wahrscheinlich wird die noch genervt. Oder die SMGs werden gebufft. Oder andere ARs werden gebufft. Aber für jetzt ist die Ball wirklich die stärkste Waffe. So. Ich hab hier Schnell-Ziehen. Stock, Schaft. Und Vordergriff. Ich find Vordergriff ist sau, sau gut in dem Game. Wirklich. Also man merkt einen riesen Unterschied, wenn man auf Leute schießt, die auf weiter Entfernung sind. Verzieht fast gar nicht. Dann hab ich hier Light-White. Das ist ein Muss. Dann hab ich hier Flag-Chacket. Einfach gegen Nades. Und weil es auch wirklich keine besseren Sachen gibt. Also wenn ich Public zocke, wenn ich League-Play zocke zum Beispiel. Also Rank-Play oder einfach Public. Dann nehm ich immer hier unauffällig. Anstatt kugelsichere Weste. Aber für Private nehm ich immer kugelsichere Weste. Extra 2 nehm ich nix. Weil es einfach nix Gutes gibt. Nachladen beim Sprinten. Wer macht sowas? Wer lädt nach beim Sprinten? Waffenwechsel sind eins von Exo-Fertigkeiten. So wie Exo-Werfer beschleunigt. Da ich hier extra Exo-Übertackung hab. Das ja eh Instant ist. Also hier sieht man keine Animation oder so. Brauche ich flinke Hände nicht. Und wegen der Nate jetzt extra noch ein Perk. Deswegen hab ich das komplett weggelassen. Dann hab ich hier Toughness. Ein Muss. Und Strahldämpfer auch ein Muss. Würde ich sagen. Weil du willst einfach nicht gesehen werden auf dem Radar. Never. Du willst einfach nie gesehen werden auf dem Radar. Dann hab ich hier Exo-Übertackung. Das ist eben Instant. Also du hast keine Animation. Und hast einen Tempo-Schub. Ich find das ziemlich nice. Was ihr auch noch nehmen könnt wäre Exo-Stim. Das ist auch ziemlich nice. Was gesundheitsschneller regeneriert. Wenn ihr mal irgendwie un-naded werdet oder so. Dann use ich hier Exo-Stim manchmal. Aber sonst so. Das ist eigentlich so die Klasse die ich am meisten zock. Dann halt noch mit einer Nate. Und dann gehen wir zum nächsten. Das ist eigentlich die genau gleiche Klasse. Nur mit einem Red Dot. Die zog ich meistens auf größere Maps. Wenn ich irgendwo auf den Dächern bin und so. Dann gefällt mir einfach das Red Dot besser. Ähm. Dann hier. Ja hier haben wir nochmal die gleiche. Wie gesagt die Ball ist die Macht. Die Macht einfach. Dann haben wir hier. Ja die gleiche mit Exo-Stim. Eben wenn ich halt oft genädet werde. Einfach. Bevor man irgendwo. In den Hardport reingeht. Machen wir kurz Exo-Stim an. Und geht rein. Das ist eigentlich ziemlich nice. Und. Oder wenn man angeschossen wird. Und irgendwo auf dem Dach ist. Kurz Exo-Stim anmachen. Dann habe ich hier eine Klasse mit. Zwei Betäubungsgradaten. Ich finde die Betäubungsgradaten hier ziemlich krass. Ihr blendet. Disorientiert. Verlangsamt. Gegner. Also das ist ziemlich. Crazy. Ähm. Die habe ich hier mit flinke Hände. Weil ich hier halt zwei Nades habe. Und die. Ich will halt die schneller werfen können. Ähm. Okay. Hier habe ich Dings nicht. Strahldampf. Der muss natürlich rein. Äh. Würde ich hier Flag-Jagged weg machen. Ja. Habe ich hier zwei. Zwei. Zwei Stun. Blend Nades. Mit schnell ziehen. Äh. Nicht mit schnell ziehen. Mit flinke Hände meine ich. Eben dass ich die halt schneller werfen kann. Da habe ich hier eine. SMG Klasse noch. Hier habe ich Griff. Ähm. Verbesserter Drall. Für erhöhte Reichweite. Ein Muss finde ich. Und. Quick Draw. Aber ich. Ich benutze die Klasse kaum. Wirklich. Also ich benutze nur die Ball eigentlich. Wie gesagt. Die Ball ist einfach zu krass momentan. Und wenn ich die mal brauche. Zum Beispiel auf Bio Lab. Die Map. Die ist sehr klein. Hier kann man die richtig nice. Benutzen eigentlich. Und. Also wenn man eine SMG zockt. Dann muss man auf jeden Fall wissen wie. Darf auf jeden Fall niemals ein Long Rage Battle eingehen. Was ja eigentlich normal ist mit einer SMG. Wie. Und hier habe ich eine Semtex. Weil ich. Ich finde als SMG Player. Wirst du einfach schnell die. 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 Die Nate werfen. Und nicht irgendwie. noch eine Stunde da. Die ziehen. Und. Ja. Hier habe ich auch extra Übertragung. Wenn ich halt die. Beispiel eine Flag Pull oder so. Dann will ich einfach schnell sein. Und. Ja. Auch wieder Flag Jacket. Wie gesagt. Bei Public. Nämlich hier. Unauffällig. Wenn man einfach nicht gesehen werden will. Auf dem Radar. Wenn einer eine Drohne hat. Das ist das Schlimmste was es gibt. Und. Ja. Extra 2 habe ich nichts. Weil es einfach. Ja. Es lohnt sich nicht. Wie gesagt. Flinke Hände. Beschleunigt die EXO Fertigkeiten. Ähm. Nützt nichts bei EXO Übertragung. Weil. Es eh instant ist. Also man hat keine Animation. Ja. Das waren eigentlich meine. Fünf Klassen. Wie gesagt. Viermal davon. Wahrscheinlich wird die. Gebannt in Competitive. Oder. Ähm. Sledgehammer. Nerf die. Oder buff die SMGs. Mal schauen. Wie gesagt. Wenn. Wenn ich große Veränderungen vornehme. Mach ich wieder ein neues Video. Ich hoffe. Euch hat das Video gefallen. Wenn ja. Lasst einen Daumen nach oben. Und. Bis zum nächsten Mal. Euer Quickie.